Ja, hallo, ich bin hier für die Geislinger Zeitung im Theater am Sägewerk. Jetzt ist nämlich das Premiere am Wochenende vom Musical Dracula und da will ich einfach mal schauen, was hier so geboten ist. Was sind die eigentlich? Das ist komisch, das ist ein bisschen düst. Komm zu mir, komm zu Dracula!